Ich glaube, ich muss hier rein, ja. Achso, brauche ich ja nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt kann ich hier Quests annehmen. Wie geht's? Äh. Zeit auf der Hut. Na, super. Was soll denn der Scheiß? Warum rennen die denn bis hier vorne hin? Heck. Ah. Jetzt wird's dann nervig. Feile ich mich erstmal durch. Wo ich da auch nur einen Schritt reinmache. Ach, da ist ein Packmodi. Wo sind denn hier jetzt die ganzen Quests? Irgendwo da hinten. Hier in dem Haus. Jo, da nehmen wir doch mal alle mit. Jawohl. Eventuell kann ich ja doch noch die ein oder andere machen. Was geht euch durch den Kopf? Fort mit euch! Mit Sicherheit nicht alle, aber ein paar vielleicht. Obwohl ich befürchte, dass die Gruppe sich dann eh gleich auflöst. Ich hab keine Ahnung, wo lang. Und ob hier noch irgendwas steht. Was ist denn das? Essenz einer... Banshee. Oder... Banshee. Okay, den Boss hab ich nicht. So, jetzt ist der, der hier gestanden ist, weg. Krieger auch ein Tank, wahrscheinlich. Moment mal eben. Fehlt ein Boss. Hm. Was muss ich denn hier noch machen? Weihwasser von Stratholme. Wie komm ich denn da ran? In kleinen Kisten. Jetzt muss ich auch die Kisten öffnen. Wer tankt denn jetzt? Der da. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Mal gucken, ob ich Kisten finde. Oder ob ich überhaupt noch Kisten finde. Geh doch mal weg da. Ah, diese blöden Ratten. Kiste? Nein, keine Kiste. Ja, egal. Also, jetzt machen wir die Quests halt ein andermal oder auch nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig. Ach, ich hab das blöde Vieh schon wieder auf mir. Ja. So, die eine haben wir fertig. Ne, da brauchen wir vier von. Okay, das schaffen wir auch noch. Äh, so. Kiste? Nö. Da ist ne Kiste. Aber jetzt nicht zum Boss. Also, wenn das überhaupt einer ist. Ja. Hm. Ah, stopp, nö. Armbrust, nee. Ah, ja, ich hab's trotzdem gekriegt, ist auch okay. So, und weiter. Jetzt geht das wenigstens zügig voran. Da hinten ist noch eine Kiste, die ich gerne öffnen würde. Und ich lassen die mich nicht alle im Stich. Ja, Weihwasser. Juhu. Da haben wir mal Glück gehabt. Ui, ui, ui. So, zwei Essenzen brauchen wir noch. Haben wir die Quest nämlich auch fertig? Ah, da ist irgendwas mit Abgabe. Was ist das? Ne, brauchen wir nicht. So, hier ist ein Boss. Guck mal, wie viel Schaden ich da reinkriege. Hala. Das ist aber nicht gut. Ah, Schlüssel zur Stadt. Was auch immer ich damit soll, ich hab keine Ahnung. Ähm, Leder. Was haben wir denn an? Kette. Verhalten wir. So. War im letzten, der sich gleich hier so runterknoppen. Oh, Mann. Das wird irgendwie... Wohl, es geht eigentlich nicht. Ich seh nix. Scheiß Stelle. Scheiß Stelle. Ich kann diesen Schauber noch nicht verhindern. So. Ich muss näher ran. Ich glaube, wir haben jetzt hier irgendwie zwei Tanks. Ja, sicher. Oh, Mann. So. Dieser Zauber ist noch nicht gereist. Das hält immer noch aus. Jawoll. Kommt der nächste Boss. So, fall um jetzt. Ähm, Ausdauer in Willenskraft. Zwei in zwei Willenskraft. Minus zwei Ausdauer. Da hab ich Bedarf drauf. Platte, nö. Ah, schön. Ach, das geht grad nicht. Aber jetzt wollte es gehen. So. So, das geht immer noch. Ja, ja. Okay. Das ist, glaub ich, Endboss. Tja. Es kommt, wenn man nicht warten kann. Wenn man reinrennt. Ich hoffe, der Boss geht nicht auf mich los. Wenn die gleich alle tot sind. Ja, und gucken wir jetzt so, wie sie sterben. So. Und die anderen beiden sind jetzt auch ruckzuck weg. Der Charme, der kann ja noch ein bisschen heilen. Aber der scheint nur sich zu heilen. Ja. Sehr interessant. Zack und weg. Oh, ich hoffe, die sind nicht so dumm und stehen auf. Das ist hier total letztendlich. Du kriegst sofort Schaden irgendwie. So, einmal durchheilen und dann kann's losgehen. Und dann will ich damit rein. Dann rennen sie wieder alle weg. Okay. So, jetzt hoffen wir, dass wir den schaffen hier. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich hab gar nichts getan. Nein, der zuerst. Da geht doch. Oh, und Level ab. Das hat doch gepasst. Ähm, hallo? Ausdauer, Intelligenz, Tempo. Aber Tempo ist eher was für den anderen. Also mach ich mal Gier. Und Beweglichkeit, Dings, machen wir das. Okay. Ach, so. Können wir hier mal eine Quest abgeben? Und die habe ich nicht fertig. Da kann ich abgeben. Redet mit mir. Ja, ich rede doch mit dir. Und da hinten habe ich nur eine fertig. Zwei Stück konnte ich nur nicht machen. Talent, Punkt. Braucht ihr etwas? Nee, ich will nur was abgeben. Gut. So, dann porte ich mich jetzt hier gleich raus. Vorher verabschiede ich mich bei euch. Und wir sehen uns in der nächsten Indie. Bis denn. Ciao, ciao.